Pssst, liebes Publikum, ich verwollte euch jetzt mal. Ich bin ganz up in the sky. Schaut mal. Ich habe hier schon 77 Bombay Street bei mir. Hey, was hat dich eigentlich in Australien? Ich glaube, Australien ist wahrscheinlich das gegensätzlichste Land in der Schweiz. Und ich finde das so faszinierend, weil dort hast du Wüste, dort hast du Meere, dort hast du ein Land, das 200 Meter gross ist in der Schweiz. Und die Distanzen, die man sich in der Schweiz gar nicht vorstellen kann, das ist extrem faszinierend. Das ist ja auch das Land, was die wichtigste Pfeiffer hat. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Lange bis hier, spinne bis hier, Rädermaus, so. Nein, nein, wir hatten eigentlich Schweine. Ich glaube, Biene bin ich mal reingestanden. In eine Biene und sonst schon Jellyfish hat es gehabt, Quallen, die ein bisschen brennen und so. Aber sonst haben wir eigentlich Füttler gehabt. Wir werden jetzt auch nicht in den richtigen Urwald, in den richtigen Tieren, sondern ins Volkshaus. Wie viele Australien sehen wir? Wären wir dann wirklich frei? Ja, sehr viele, weil das Land hat uns extrem inspiriert. Und dann auch die Songs, die wir heute präsentieren möchten. Das ist 50-50, also viel Australien dabei. Wir sind alle ganz gespannt. Am halb neun geht's los auf der Bühne. Viel Genüge bis dann.